Jo Leute, was geht jetzt hier am Start und zwar habe ich gerade das Problem gehört, dass manche Spieler die Herausforderung bei Fortnite nicht kriegen und zwar es gibt leider keinen Fix dafür und zwar Epic Games sagt hier, manche Spieler kriegen die einfach nicht und das heißt ihr müsst einfach warten, es tut mir echt leid für euch, dass ihr die Herausforderung nicht machen könnt, aber ich glaube man hat da 14 Tage Zeit und die sind eh easy, also von daher wünsche ich euch einfach viel Glück, dass ihr es schafft und ja, das war's nochmal mit dem Video, ich wollte euch nur Bescheid sagen, es gibt keinen Fix, versucht jetzt nicht eurem PC 100x neu zu starten, das wird nicht funktionieren, glaubt mir, versucht nicht Fortnite 100x neu zu starten Leute, es geht einfach nicht, chillt einfach, versucht jetzt nicht irgendwie unnötig irgendwas zu machen, chillt einfach, wartet einfach und ihr werdet die Herausforderung gleich bekommen, das war's von mir mit dem Video, ich wollte euch nur kurz Bescheid sagen, haut rein und ciao.